Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Heute gibt es eine Muttertatskarte, wobei ihr könnt die natürlich wunderbar auch zum Geburtstag verwenden oder für andere Anlässe, wo ein Hablich Soli passt. Hier habe ich einmal Farben verwendet, die uns verlassen und zwar ist es die Farbe Zartrosa und ich habe die Farbe Zartrosa mit der Incolor Puderrosa verknüpft, wollte ich sagen, kombiniert und ich finde, das passt auch ganz gut. Klar, wenn man genau hinschaut, sieht man, dass das Puderrosa ein Tick wärmer ist, als das Zartrosa, aber ich finde, das passt trotzdem. Verlassen werden uns auch diese Holzembellishments, also wenn ihr da noch was haben wollt, dann würde ich jetzt zuschlagen, bevor die wirklich weg sind und ansonsten bleibt uns alles erhalten. Genau, die weitere Farbe ist hier Schiefergrau und dann Flüsterweiß und da habe ich extra starken Flüsterweißkarton genommen, weil ich nur zwei Lagen verwendet habe und weil das ein bisschen stabiler sein sollte, deswegen eben der extra starke. Bedeutet aber natürlich auch, dass die Karte ein bisschen schwerer ist und ich befürchte, dass die auch nicht mit 70 Cent mehr durchgeht, sondern mit 85 Cent, aber da würde ich nochmal ausmessen, das unten in die Infobots schreiben, weil doch das Gewicht ein bisschen höher ist. Joa, fangen wir gleich mal an. Oh, und was mir noch eingefallen ist, ich habe seit Ewigkeiten mal mein Schiefergrau nachgefüllt und ich hätte niemals gedacht, dass mein Schiefergrau so kräftig sein kann, deswegen traut euch ruhig, füllt auch eure Stempelkissen nach, weil die Farben sind danach wie neu. Ganz ehrlich, ich glaube, so intensiv war mein Schiefergrau auch noch nie. Kann ich wirklich nur empfehlen und geht ganz schnell und ist wirklich unkompliziert. So, genug der langen Worte. Ich habe mir hier was zurechtgeschnitten und zwar, jetzt muss ich das einmal falzen, hoffe ich wackele nicht so. Das hier sind, jetzt muss ich mir überlegen, 10,5 Zentimeter und das sind 21 Zentimeter und dann sind das 20 Zentimeter und das sind 10 Zentimeter. Also eben so, dass es noch in einen großen Umstand passt. Und ich klebe es zum Schluss auf, weil ich das mit Dimensionals aufgeklebt habe und dann ist sonst das Bestempeln so schlecht, wenn ich das jetzt schon aufkleben würde. Hier ist wieder meine Wundertüte und dieses Mal habe ich noch von einem ganz lieben Bastler was geschenkt bekommen und zwar eine kleine Schüssel. In diese kleine Schüssel kann ich jetzt auch noch Kleinigkeiten reintun, das heißt, ich sollte noch weniger suchen. Mal gucken, ob es funktioniert hat. Ja, das werden wir dann nach dem Video sehen. Also, und dann habe ich noch mit was gearbeitet, oute ich mich. Neudeutsch heißt es, glaube ich, Stencil. Das sind einfach Kunststoffvorlagen und die fungieren sozusagen als Schablonen. Ihr könnt natürlich diese Herzen auch ganz einfach stempeln oder euch irgendwelche anderen Schablonen nehmen. Also, das ist eine Uralte von Stampin' Up, aber die passt halt einfach, weil die mit Herzen war. Aber an Herzen wandelt es im Netz ja nicht, wenn es um Schablonen geht. So, genau. Und da nehmt ihr euch jetzt zwei Schwämmchen. Es gibt bei Stampin' Up so gelbe Schwämmchen. Die habe ich jetzt einfach, aber ich nehme das mal, wenn das blendet so. Die habe ich jetzt einfach mal gefüttert. Dann habt ihr nämlich aus einem Schwämmchen vier Schwämmchen gemacht. Und mehr braucht man, finde ich, auch gar nicht. Also, größere Schwämmchen brauche ich zumindest nicht. Und hier halt meine Schämmchenkissen und zwar Schiefergrau und Puderosa. Das sind noch die alten, wie ihr seht. Das ist mal nicht die neue Form. Ich habe mich jetzt entschieden, peu à peu alles auszutauschen. Und ja, zum Beispiel Schiefergrau bleibt uns ja erhalten. Und die Farbe ist ja nicht schlecht. Das heißt, auch mit der arbeite ich erstmal weiter. Und werde nämlich erstmal den neuen Farben widmen, die es ja auch gibt. So, jetzt muss ich mal wieder in mich gehen. Ja, genau. Also, hier geht es weiter. Das habe ich mir jetzt hier so hingelegt. Und jetzt wird geschwammt. Also, jetzt wird mit dem Schwamm gearbeitet. Dann nehmt ihr euch hier so diese Schwämmchen. Und wackelt ein bisschen, so wie ich. Und fandt von außen an und arbeitet euch vor. Und ihr könnt natürlich so viel Herzen, ähm... So viel Herzen anmalen, wie ihr möchtet. Und schön festhalten. Ihr könnt alternativ auch das festkleben, hier diese Schablone. Wenn ihr das nicht so festhalten wollt, das geht natürlich auch. Und hier, wenn es ein bisschen dunkler werden soll, hier unten, dann geht ihr einfach öfter rüber mit dem Schwämmchen. So, muss ich einmal gucken. Hier rutschen meine Erbe sonst runter. Genau. So, wenn ihr das jetzt abnehmt, habt ihr hier lauter kleine Herzchen. Und dann verschiebe ich die Schablone einmal und gehe mit dem Schiefergrau rüber. Dadurch, dass ich das jetzt nachgefüllt habe, ist es halt extrem dunkel, finde ich. Das ist fast so dunkel, wie die Anthrazitgrau. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier erstmal so ein bisschen... Ja. Dann verschiebe ich das halt hier so ein bisschen. Und dann geht's wieder los. So, fertig. Das war's an Herzen. Und ihr könnt natürlich auch eine hellere Farbe nehmen. Äh, das muss jetzt nicht das dunkle Schiefergrau sein. Oder in meinem Fall das dunkle, weil ich das halt eben nachgefüllt habe. So, dann kommt das jetzt einmal weg, dass ich ein bisschen mehr Platz hier habe auf meinem kleinen Schreibtisch. Das kommt auch weg hier, die Farbe, denn wir sind nämlich fast durch. So, ganz klassisch wieder. Meine Framelits im Stickmuster. Hier habe ich mir zwei Quadrate in weiß, zwei in Schiefergrau und eins in zartrosa eben ausgestanzt. Ähm, das erkennt ihr immer, dieses Stickmuster an diesem genähten Rahmen. Und dann können wir nämlich auch schon losstempeln. Das ist eigentlich eine relativ schnelle Karte. Und ich sehe gerade, höhö, ich habe hier aus Versehen ein anderes Papier erwischt. Und zwar nicht mein extra starkes Lüsterweiß, sondern mein, ähm, wie heißt denn das? Dieses Glanzpapier. Das ist ein Tick dunkler. Mal gucken, ob ich das kombinieren kann oder ob das doof aussieht. Jetzt muss ich mal schauen. Ne, ich muss einmal eine Pause machen, weil ich muss hier mir nochmal was neu ausstanzen. Weil ihr seht vielleicht, hier ist so ein kleiner Unterschied und das finde ich nicht so schön. Also ich werde die beiden nochmal neu ausstanzen und dann komme ich gleich wieder. Da bin ich wieder. Ja, das kommt davon, wenn man nicht aufräumt. Dann, äh, ja, passieren dann mal solche Dinge. Also, wo war ich stehen geblieben? Genau, also wir nehmen jetzt die Stanzteile und ich habe auf dem kleinen und jetzt ist mir übrigens aus dem Papier wieder eingefallen, Seidenglanz ist das. Das kann man auch schön für Aquarelleffekte nehmen. Ähm, jetzt habe ich mir den kleine, das kleinere Quadrat genommen und das Stempelset Blütentraum. Das Stempelset Blütentraum besteht aus zwei Stempelsets. Deswegen habt ihr hier auch eins von zwei. Und hier sind einmal schöne Sprüche und hier finde ich das Schöne bei diesen Sprüchen, dass, ähm, die unterschiedlich stark gestempelt werden. Ihr seht einmal dünn und einmal dick und hier habe ich einen Hab dich so lieb genommen. Und dazu nehme ich auch wieder mein Schiefer Grau. So, und jetzt braucht ihr das Washi-Tape. Also erstmal braucht ihr natürlich den Stempel und einen Stempelblock. Und hier würde ich nicht so einen großen Stempelblock nehmen, sondern wirklich einen Stempelblock, der gut passt. Muss ich hier mal ein bisschen wegräumen. Und jetzt kommt das Washi-Tape. Und jetzt deckt ihr mit dem Washi-Tape das ab, was ihr nicht stempeln wollt. In meinem Fall jetzt dieses So-Lieb. Ihr könnt das auch mit Tesafilm machen. So, jetzt hoffe ich, dass es funktioniert, wenn ich ihn nicht nochmal ausstanzen darf. Dann nehmt ihr das ab. Na aber, würde ich sagen. Das passt doch. Einmal sauber machen. Jetzt kommt die andere Seite. Ach, ich bin doch doof, oder? Also ihr müsst natürlich das Washi-Tape erst abmachen. Ich erzähl's noch großartig und mach's trotzdem nicht. Ja, ich würde sagen, noch ne Runde und dann bin ich gleich wieder da. Ja, was lange währt, wird endlich gut. Ich hab's dann mitkommen. Ich erzähl noch großartig, dass ihr das Washi-Tape abmachen müsst. Macht's selbst nicht. Ja, das ist halt der Vorführeffekt. Also das kann natürlich weg. Und ich habe, weil ich das ein bisschen leer fand, noch ein weiteres Stempel-Set verwendet. Und zwar das Stempel-Set-Banner rein. Hier muss ich mal gucken, ob uns das verlässt. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Und hier hab ich einfach so ein, was ist denn das? Ähm, Blatt, Zweig. Das hab ich jetzt verwendet. Und auch in schiefer Grau gebastelt gestempelt. Ich bin am Überlegen, ob ich den Ersten oder den Zweiten... Eins, ich nehm den Ersten. Dann ist da noch so ein bisschen was drauf auf dem Stanzteil. So, jetzt aber alles weg, dass ich hier nicht noch mich anmale. Das fehlt mir gerade noch. Und dann hier auf dem Papier mich ausbreite mit der Farbe. Das passiert mir nämlich oft. Ähm, die Lille-Lille. Genau, jetzt könnt ihr nämlich aufeinander kleben. Jetzt kommt das Puzzeln an die Reihe. Also, als erstes könnt ihr das hier drauf kleben. Und zwar hab ich das aufgeklebt mit den Dimensionals. Da braucht ihr ein paar mehr. Ich meine, ich hab neun Stück verwendet. Und wenn ihr natürlich dünneres Papier nehmt, dann braucht ihr auch ein paar mehr Dimensionals, weil sich das eher biegt. Deswegen auch das stärkere, beziehungsweise jetzt mein halbes Aquarellpapier. Ja, da hab ich ein bisschen. Aber na ja. Stopp. So. Und noch zwei. Huch. Tare müssen auch nicht mit drauf. Ja, jetzt fändest du Friemel wieder an hier. Na komm, Endspurt. Oh. Na, hab ich's? Ja. Man sieht das auch so schlecht, ob da noch was drauf klebt oder nicht. So. Und versuchen einigermaßen mittig. Ja, ich würd sagen, das ist mittig, ne? Ja. Und jetzt könnt ihr die Standzelle aufkleben. Ich arbeite mich von rechts nach links vor und klebe oben als erstes direkt mit dem Tombow auf. So, jetzt kommt Huch. Zweimal der Menschen jetzt. Ja, also die Karte ist relativ der Menschen lastig. Ihr könnt es aber natürlich auch direkt aufeinander kleben. Das ist jetzt eine Schmatzsache. So, dann kommt das rosa. Das klebe ich hier so hin. Und hier klebe ich die Dimension jetzt auf die eine Seite nur. So. Weil das hält von alleine nachher, wenn ich das andere nochmal draufklebe. So, und hier unten klebe ich den kleinen. Und jetzt hätte ich das natürlich erst kleben sollen, äh, oder erst kleben sollen, ja, den grauen. Aber gut. Muss ich das vorsichtig wieder hoch machen. Hoffentlich nicht. Puppet geht. Ne, passt. So, jetzt kommt hier mein richtig gestempeltes, hoffentlich, ja. Das klebe ich direkt auf. Und dadurch ist nämlich das rosa jetzt auch fiziert. So, jetzt kommen hier die beiden Herzen. Und das sind halt diese Holzelemente. Die klebe ich auf mit Glutots. Und bei dem Holzteil, ähm, bei dem nur das Äußere zu sehen ist, also dieses ausgeschnittene, das ist ein bisschen, da klebe ich halt den Blut dort noch unten. Jetzt kommt noch das Pencil. Natürlich wieder mal mein Leinfaden. Meine kleine Schleife. Die jetzt gerade nicht will. Äh. Darf auch ein bisschen länger sein unten vom Band. Das schneidet ihr dann einfach ab. Auch hier mit dem Blutort einmal befestigen. Ich klebe dann den oder das Blutort hier so hin. Befestige hier den Faden. Schneide ein bisschen was ab. Darf auch ruhig ein bisschen hier, äh, drüber, drüber stehen. Und jetzt muss es noch ein bisschen funkeln für mich. Das hier sind noch die alten, wie ihr seht. Ja. Einfach so verteilen, wie ihr es schön findet. Ihr könnt natürlich auch viel, viel mehr noch draufkleben an Steinchen. So. Und fertig ist die Muttertatskarte. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Und ich habe noch einen Blog, da könnt ihr ein bisschen drauf stöbern. Ich habe noch ein paar mehr Videos. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020